Sie hat versucht, mich zu channelen, um zu verstehen, was in meiner Meinung war. Und ich denke, sie hat sich jetzt von der Compulsion liberiert, um das zu tun. Seit Jahren spekulieren Fans darüber, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Jetzt, im Alter von 7088 Jahren, spricht David Gilmour endlich über die Wahrheit. Was löste den Zerfall der legendären Band aus? Und welche Rolle spielte Roger Waters dabei? Bleiben Sie bei uns, während wir die Gründe für das Ende von Pink Floyd aufdecken. Direkt vom Mann selbst. Bevor wir uns mit den Details befassen, möchten wir wissen, was ist Ihr Lieblingsalbum von Pink Floyd? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Was führte also zu diesem explosiven Zusammenstoß? Und welche Geheimnisse hat David Gilmour endlich gelüftet? Finden wir es heraus? Gilmour verbrachte seine Kindheit in dieser antiken Stadt und war in eine sowohl akademisch als auch kulturell reiche Umgebung eingetaucht. An der Universität Cambridge war sein Vater, Douglas Gilmour, als Dozent für Zoologie tätig. Bildung und intellektuelle Neugier hatten in ihrem Zuhause einen hohen Stellenwert. Während ihrer Zeit bei der BBC war seine Mutter, Sylvia Gilmour, als Filmredakteurin tätig. Durch ihre Anstellung kam er schon in jungen Jahren mit den Künsten in Kontakt, was eine ganz andere Art von kreativem Einfluss auf Davids Leben brachte. Schon in jungen Jahren interessierte sich Gilmour für alles, was mit Musik zu tun hat. Als er noch ein Junge war, schenkten ihm seine Eltern seine erste Gitarre unter der Bedingung, dass sie sein Interesse unterstützten und förderten. Dieses frühe Geschenk brachte ihn auf einen Weg, der ihm den Weg für seine zukünftigen beruflichen Unternehmungen ebnen sollte. Indem er sich Aufnahmen anhörte und ununterbrochen übte, konnte er sich das Spielen selbst beibringen und zeigte dabei sowohl natürliches Können als auch unglaubliche Entschlossenheit. Als Gilmour sich seinen letzten Jahren näherte, begann er sich stärker in der Musikszene seiner Heimatstadt zu engagieren. Mitte der 1960er Jahre gründete er seine erste Band, die Jokers Wild hieß. Die Band konnte Gilmour die Möglichkeit geben, wichtige Erfahrungen als Musiker zu sammeln, indem sie Cover-Songs aufführte und an verschiedenen Orten in Cambridge auftrat. Es war die aktuelle Popmusik, insbesondere Blues und Rock'n'Roll, die einen großen Einfluss auf seinen Ansatz hatte. Er war von diesen Musikgenres beeinflusst. Die Fähigkeiten, die Gilmour besaß, wurden nicht übersehen. Um seine Fähigkeiten zu verbessern und seinen musikalischen Horizont zu erweitern, trat er mit einer Reihe anderer Bands auf und verbrachte sogar einige Zeit als Straßenmusikant in Frankreich und Spanien. In dieser Phase des Experimentierens und Aufführens gelang es ihm, seine unverwechselbare Stimme und Bühnenpräsenz zu etablieren. Gilmours Leben nahm 1967 eine entscheidende Wende, als er eingeladen wurde, sich Pink Floyd anzuschließen, einer Band, die in der Musikindustrie bereits für Aufsehen sorgte. Diese Einladung war ein Wendepunkt in Gilmours Leben. Angesichts der Tatsache, dass sich die Band nach dem Verlust ihres ursprünglichen Sängers Sid Barrett in einer Übergangsphase befand, kam seine Teilnahme an der Gruppe zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Sowohl in seinem Privatleben als auch in der Geschichte von Pink Floyd markierte Gilmours Entscheidung, der Band beizutreten. Den Beginn eines neuen Kapitels. Eine Band namens Pink Floyd wurde 1960-55 in London gegründet. Sid Barrett, der Gitarre spielte und für den Liedgesang sorgte, Roger Waters, der Bass spielte, Nick Mason, der Schlagzeug spielte und Richard Wright, der Keyboard spielte, waren die Mitglieder der Gruppe Gründungsmitglieder. Psychedelischer Rock und experimentelle Musik waren die beiden Genres, die die Band in ihrem unverwechselbaren Stil vereinte, was ihnen sofort dabei half, eine Fangemeinde aufzubauen. Es war Sid Barrett, der Anführer und Hauptsongwriter der Band, der einen erheblichen Einfluss auf die frühen Musikkompositionen der Band hatte. Pink Floyd unterschied sich von anderen Bands, die zu dieser Zeit aktiv waren, durch seine einfallsreichen Texte und einzigartigen Gitarrenfähigkeiten. Aber Barretts Zeit mit der Band war voller Schwierigkeiten. Sein übermäßiger Drogenkonsum trug mit Sicherheit zur Verschlechterung seines Geisteszustands bei, der sich zu verschlechtern begann. Da sein Verhalten immer unvorhersehbarer wurde, wurde es für die Band immer schwieriger, erfolgreich zu spielen und aufzunehmen. Bis 1967 hatte sich Barretts Zustand so weit verschlechtert, dass er keinen wesentlichen Beitrag mehr zu den Aktivitäten der Band leisten konnte. Die verbleibenden Mitglieder von Pink Floyd kamen zu dem Schluss, dass sie einige Anpassungen vornehmen müssten, wenn sie weitermachen wollten. David Gilmour, ein Gitarrist und Sänger, der den Bandmitgliedern bereits bekannt war, wurde der Gruppe im Dezember 1967 vorgestellt, nachdem sie beschlossen hatten, ihn aufzunehmen. Ursprünglich hatte Gilmour vor, Barrett auf der Bühne zu unterstützen und seine unvorhersehbaren Auftritte zu decken. Da sich Barretts Zustand jedoch nicht besserte, wurde klar, dass er nicht länger Teil der Band sein konnte. Anfang 1960-88 hatte Barrett Pink Floyd vollständig verlassen. Der Übergang war eine Herausforderung. Der Ersatz eines wichtigen Mitglieds wie Barrett erforderte von der Band ihre Herangehensweise und ihren Sound zu überdenken. Gilmour brachte einen anderen Stil zu Pink Floyd, der im Vergleich zu Barretts experimentellem Flair strukturierter und melodischer war. Sein Gitarrenspiel und seine Gesangsfähigkeiten verliehen der Musik der Band eine neue Dimension. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten begann die neue Besetzung Fuß zu fassen. Gilmours Beiträge führten zusammen mit der Kreativität der übrigen Mitglieder zu einer Zeit des Wachstums und der Innovation. Sie begann mit der Entwicklung des Sounds, der später Pink Floyd definieren sollte, indem sie Gilmours Gitarrenspiel mit der Vorliebe der Band für aufwendige Musikkompositionen und tiefgründige philosophische Texte verbanden. Diese Zeit markierte einen bedeutenden Wendepunkt für Pink Floyd. Nachdem Gilmour vollständig in die Band integriert war, begannen sie mit der Arbeit an neuem Material, das ihren sich entwickelnden Stil demonstrierte. Das 1960-88 erschienene Album A Saucer Full of Secrets war das erste mit Gilmour und veranschaulichte den Übergang der Band von ihren frühen psychedelischen Wurzeln zu einem progressiveren Rock-Sound. Die Veränderungen waren nicht nur musikalischer, sondern auch zwischenmenschlicher Natur. Die Dynamik innerhalb der Band veränderte sich mit Gilmours Ankunft und führte zu neuen kreativen Partnerschaften, insbesondere zwischen Gilmour und Waters. Diese Partnerschaft würde in den kommenden Jahren maßgeblich zur Entstehung einiger der berühmtesten Werke von Pink Floyd beitragen, die Gilmour-Waters-Partnerschaft. Die Partnerschaft zwischen David Gilmour und Roger Waters war von zentraler Bedeutung für den Erfolg von Pink Floyd in den 1970er Jahren. Ihre Zusammenarbeit vereinte Gilmours musikalisches Talent und Waters lyrische Tiefe, was zu einigen der gefeiertsten Werke der Band führte. Eine ihrer ersten großen Kooperationen war das 1970 einseins veröffentlichte Album Metal. Dieses Album markierte für Pink Floyd einen bedeutenden Schritt nach vorne und zeigte einen geschlosseneren und reiferen Sound. Gilmours Gitarrenspiel bei Titeln wie Echoes war ein Schlüsselelement für den Erfolg des Albums und verschmolz wunderbar mit Waters eindrucksvollen Texten und Themen. Metal diente als Brücke zwischen der früheren psychedelischen Phase der Band und ihren späteren ausgefeilteren Produktionen. Der Höhepunkt der Gilmour-Waters-Partnerschaft kam mit The Dark Side of the Moon, das 1970 33 veröffentlicht wurde. Dieses Album wird oft als eines der größten in der Rockgeschichte angesehen. Waters übernahm die Federführung beim Konzept des Albums und konzentrierte sich auf die Themen Konflikt, Gier, Zeit und Geisteskrankheit. Gilmours Beiträge waren ebenso wichtig und bildeten mit seinen unverwechselbaren Gitarren-Soli und Gesangsdarbietungen das musikalische Rückgrat. Die Synergie zwischen Gilmours melodischem Gespür und Waters tiefgründigen Texten führte zu einem nahtlosen und kraftvollen Album, das bei einem breiten Publikum Anklang fand. Nach dem immensen Erfolg von The Dark Side of the Moon entwickelte sich Pink Floyd weiter. Ihr nächstes großes Projekt, Wish You Were Here, wurde 1970 55 veröffentlicht. Dieses Album war eine Hommage an ihren ehemaligen Bandkollegen Sid Barrett und eine Reflexion über die Musikindustrie. Der Titeltrack, Wish You Were Here, ist ein Beispiel für die Gilmour-Waters-Partnerschaft. Waters traurige Texte, die Gefühle von Verlust und Sehnsucht zum Ausdruck bringen, werden durch Gilmours gefühlvolle Gitarrenarbeit und seinen herzlichen Gesang ergänzt. Ein weiterer herausragender Titel, Shine On You, Crazy Diamond, enthält Gilmours ausgedehnte Gitarren-Soli, die die nachdenkliche Stimmung des Songs perfekt einfangen. Die Dynamik zwischen Gilmour und Waters war komplex, aber äußerst produktiv. Gilmours Musikstil zeichnete sich durch sein melodisches Gitarrenspiel und seinen sanften Gesang aus. Er hatte ein Händchen dafür, unvergessliche Musikstücke zu schaffen, die für sich allein stehen konnten. Waters hingegen war der Haupttexter der Band, bekannt für seine introspektiven und oft düsteren Themen. Seine Texte verliehen der Musik von Pink Floyd Tiefe und Erzählung und verwandelten Lieder in zum Nachdenken anregende Geschichten. Ihre komplementären Stärken ermöglichten es Pink Floyd, Musik zu schaffen, die sowohl klanglich reich als auch lyrisch tiefgründig war. Gilmours Musikkompositionen boten die perfekte Leinwand für Waters lyrische Ideen. Während Waters Konzepte der Musik Richtung und Bedeutung gaben, erweckte Gilmours Fähigkeit, diese Ideen in überzeugende Melodien und Arrangements umzusetzen, sie zum Leben. Diese kreative Partnerschaft war, wenn auch manchmal voller Spannungen, äußerst effektiv. In dieser Zeit produzierten Pink Floyd ihre berühmtesten und einflussreichsten Werke und hinterließen ein bleibendes Erbe in der Welt der Musik. Trotz ihrer Differenzen erwies sich die Zusammenarbeit zwischen Gilmour und Waters als starke Kraft, die Pink Floyd zu neuen Höhen trieb und ihren Platz in der Rockgeschichte festigte. In den späten 1970er Jahren begann sich die Dynamik innerhalb von Pink Floyd zu ändern und Roger Waters übernahm nach und nach mehr Kontrolle über die Richtung der Band. Dieser Wandel begann zu Spannungen zu führen, insbesondere zwischen Waters und David Gilmour. Das 1970-1999 erschienene Album The Wall ist ein Paradebeispiel für Waters zunehmende Dominanz. Waters konzipierte und schrieb den größten Teil des Albums und stützte sich dabei auf seine persönlichen Erfahrungen und Themen wie Isolation und Verlassenheit. The Wall war ein gewaltiges Projekt, sowohl musikalisch als auch in Bezug auf seine Live-Auftritte, die aufwendige Bühnenshows und Visuals beinhalteten. Während Gilmour mit seiner Gitarrenarbeit und dem Mitschreiben von Songs wie Comfortably Numb maßgeblich dazu beitrug, wurde die Gesamtausrichtung stark von Waters' Vision bestimmt. Mit zunehmendem Einfluss von Waters wuchs auch seine Kontrolle über den kreativen Prozess der Band. Dies wurde noch deutlicher im nächsten Album The Final Cut, das 1980 3-3 veröffentlicht wurde. Ursprünglich als Soundtrack für den Film The Wall konzipiert, entwickelte sich The Final Cut zu einem eigenständigen Album, das Waters vollständig dominierte. Das Album war für Waters zutiefst persönlich und behandelte Themen wie Krieg und Verlust, beeinflusst durch den Tod seines Vaters im Zweiten Weltkrieg. Gilmours Rolle wurde erheblich reduziert und er war frustriert über die seiner Ansicht nach einseitigen Entscheidungen von Waters und den Mangel an Kooperationsgeist, der die frühere Arbeit der Band geprägt hatte. Gilmours Frustration wurde während der Produktion von The Final Cut noch deutlicher. Er fühlte sich ins Abseits gedrängt und war mit Waters' Ansatz nicht einverstanden, da er glaubte, dass das Album darunter litt, dass ihm die musikalische Ausgewogenheit fehlte, die ihre vorherigen Alben erfolgreich gemacht hatte. Gilmours Unzufriedenheit betraf nicht nur seinen reduzierten kreativen Input, sondern auch die allgemeine Atmosphäre innerhalb der Band, die immer angespannter und angespannter wurde. Bei der wachsenden Zwietracht zwischen Waters und Gilmour ging es nicht nur um kreative Kontrolle, sondern auch um unterschiedliche Visionen für die Zukunft der Band. Während Waters sich tiefer mit seinen persönlichen und politischen Themen befassen wollte, bevorzugte Gilmour einen eher kollaborativen und musikalisch motivierten Ansatz. Dieser grundlegende Unterschied in ihren kreativen Philosophien führte zu einem Zusammenbruch der Kommunikation und des Vertrauens. Der Final Cut markierte einen Wendepunkt für Pink Floyd, da es das letzte Album mit Waters war, bevor er die Band 1980 55 verließ. Die Saat der Zwietracht, die in den späten 1970er Jahren gesät worden war, war zu diesem Zeitpunkt vollständig erblüht und führte zu einer Bitterkeit teilt. Waters' Abgang markierte das Ende einer Ära für Pink Floyd, da die Band vor der Herausforderung stand, ohne eine ihrer wichtigsten kreativen Kräfte weiterzumachen. Die späten 1970er und frühen 1980er Jahre waren eine Zeit bedeutender Veränderungen und wachsender Spannungen innerhalb von Pink Floyd. Waters' zunehmende Kontrolle über die Leitung der Band und Gilmours' wachsende Frustration über diese Dominanz führten zu einer Kluft, die schließlich zum Abgang von Waters führte. Trotz des Erfolgs von Alben wie The Wall und The Final Cut verdeutlichten die kreativen Unterschiede zwischen Waters und Gilmour die Herausforderung, angesichts unterschiedlicher künstlerischer Visionen einen kooperativen Geist aufrecht zu erhalten. Waters' Abgang Der Aufnahmeprozess von The Wall und The Final Cut markierte bedeutende Streitpunkte innerhalb von Pink Floyd. Die Spannung während dieser Projekte resultierte aus der zunehmenden Kontrolle von Roger Waters über die kreative Ausrichtung der Band, was zu Spannungen mit David Gilmour und den anderen Mitgliedern führte. The Wall erschien 1970-99 und war ein gewaltiges und ehrgeiziges Projekt. Es wurde größtenteils von Waters' Vision bestimmt und spiegelte seine persönlichen Erfahrungen und Themen der Isolation und Verlassenheit wieder. Während das Album ein kommerzieller und kritischer Erfolg war, war der Aufnahmeprozess voller Spannungen. Der zunehmende Einfluss von Waters auf die kreative Ausrichtung der Band führte zu Meinungsverschiedenheiten und angespannten Beziehungen innerhalb der Band. Gilmour fühlte sich trotz seiner bedeutenden Beiträge, insbesondere bei Titeln wie Comfortably Numb, zunehmend im Abseits. Diese Spannung verstärkte sich erst während der Produktion von The Final Cut, die 1980-33 erschien. Das als Erweiterung von The Wall konzipierte Album wurde noch stärker von Waters dominiert. Der Schwerpunkt lag auf seinen persönlichen und politischen Themen, wobei Gilmour und die anderen Mitglieder deutlich weniger Beiträge leisteten. Die Aufnahmesitzungen waren von Streitigkeiten geprägt und Gilmours Frustration über Waters' autoritären Ansatz erreichte neue Höhen. Er hatte das Gefühl, dass der kollaborative Geist, der Pink Floyds frühere Arbeit geprägt hatte, unterdrückt wurde. 1980-55 hatte die Situation einen Bruchpunkt erreicht. Waters hatte das Gefühl, dass die Band nicht mehr effektiv funktionieren konnte und beschloss, Pink Floyd zu verlassen. Er glaubte, dass die Band ohne seine kreative Führung ausgedient hätte. Sein Weggang verlief nicht einvernehmlich und führte zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten um die Rechte am Namen Pink Floyd und das geistige Eigentum. Waters behauptete, Pink Floyd sei kreativ erschöpft und die verbleibenden Mitglieder sollten den Namen nicht weiterverwenden. Gilmour und Schlagzeuger Nick Mason wollten jedoch mit der Band weitermachen. Der Streit um den Namen der Band und die Rechte an der Musik endete vor Gericht. Nach einem langen und erbitterten Rechtsstreit wurde 1980-77 eine Einigung erzielt. Waters würde die Rechte an bestimmten Elementen der Mauer und anderen spezifischen Werken behalten. Aber Gilmour und Mason könnten weiterhin den Namen Pink Floyd verwenden. Diese rechtliche Lösung ermöglichte es Pink Floyd, ohne Waters voranzukommen, doch die Spaltung hinterließ tiefe Narben. Während Waters eine Karriere als Solokünstler verfolgte, schufen Gilmour und Mason zusammen mit dem Keyboarder Richard Wright weiterhin Musik unter dem Spitznamen Pink Floyd. Der Hass zwischen Waters und seinen ehemaligen Bandkollegen hielt jahrelang an, obwohl sie eine rechtliche Einigung erzielt hatten. Sowohl die Aufnahme der Wand als auch die endgültige Bearbeitung brachten die sich entwickelnde Kluft innerhalb von Pink Floyd ans Licht, die durch Waters maßgebliche Kontrolle über den kreativen Prozess verstärkt wird. Es war ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte von Pink Floyd, als er 1980-55 die Entscheidung traf, die Band zu verlassen, und kurz darauf folgte der damit verbundene Rechtsstreit um den Namen der Band. Obwohl die Einigung es der Band ermöglichte, weiterzumachen, verdeutlichte die Trennung die Schwierigkeiten, die mit der Aufrechterhaltung der kreativen Harmonie innerhalb einer Gruppe verbunden sind, die so unterschiedliche und unterschiedliche künstlerische Perspektiven hatte. Vor der Waters-Ära, nach dem Abschied von Roger Waters von Pink Floyd im Jahr 1980-55, blieb David Gilmour entschlossen bei seinen Bemühungen, die Existenz der Band aufrechtzuerhalten. Trotz der Abwesenheit von Waters war er sich sicher, dass Pink Floyd dennoch in der Lage sein würde, herausragende Musik zu machen und seinen Ruf aufrechtzuerhalten. Gilmour übernahm die Rolle des Anführers mit dem vorrangigen Ziel, die kreative Energie der Band wiederzubeleben und ihre Richtung innerhalb der Band neu auszurichten. Im Jahr 1980-77 veröffentlichten Pink Floyd ihr erstes Album ohne Waters, das den Titel A Momentary Lapse of Reason trug. Für die Band markierte diese Platte den Beginn einer neuen Phase. Während Gilmour fieberhaft daran arbeitete, den Sound der Platte zu entwickeln, holte er eine Reihe alter und neuer Kollegen hinzu. Nachdem er die Band während der Wall Sessions verlassen hatte, erhielt Richard Wright eine Einladung, der Gruppe wieder beizutreten, allerdings aus rechtlichen Gründen zunächst nur in der Funktion eines Session-Musikers. Im Vergleich zu ihren früheren Werken bot das Album einen ausgefeilteren und kommerziell zugänglicheren Sound. Die Veröffentlichung von »Plötzlicher Verlust der Vernunft« stieß bei den Rezensenten auf unterschiedliche Reaktionen, war aber trotzdem ein kommerzieller Erfolg. Durch dieses Album, das an verschiedenen Orten auf der Welt die Spitze der Charts erreichte, etablierte sich Pink Floyd wieder als führende Kraft in der Musikindustrie. Die begleitende Tournee war ebenfalls ein großer Erfolg und zeichnete sich durch extravagante Bühnenpräsentationen und atemberaubende Grafiken aus, die zu einem charakteristischen Merkmal der Live-Auftritte von Pink Floyd wurden. Auf dieser Tournee konnte die Band zeigen, dass sie auch ohne Waters erfolgreich sein konnte, was dazu beitrug, ihr Comeback zur Popularität zu festigen. »The Division Bell« wurde 1990 4-4 von Pink Floyd veröffentlicht und baute auf der Dynamik auf, die sie gewonnen hatten. Dieses Album zeichnete sich durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Gilmore und Wright aus, wobei auch Nick Mason einen erheblichen Beitrag zu dem Projekt leistete. Dieses Album war ein Spiegelbild des wiederbelebten Einheitsgefühls der Band, da es sich durchgehend auf die Konzepte der Kommunikation und der menschlichen Verbindung konzentrierte. Mit großer Resonanz bei Fans und Rezensenten debütierte »The Division Bell« sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten an der Spitze der Charts. Nach dem Erfolg von »The Division Bell« begab sich Gilmore auf eine weitere ausgedehnte Tournee, die einen weiteren Beweis für seine Vision für die Zukunft von Pink Floyd lieferte. Eine spektakuläre Lichtshow und die ikonischen »Division Bell«-Köpfe gehörten zu den bahnbrechenden Bühnendesigns, die während der Tour zum Einsatz kamen. In dieser Zeit verspürte die Band ein Gefühl der Stabilität und erlebte eine Renaissance ihres kreativen Schaffens. Gilmores Konzept für Pink Floyd in der Post-Waters-Ära konzentrierte sich darauf, die musikalische Integrität der Band zu bewahren und gleichzeitig die Grenzen ihrer Live-Auftritte zu erweitern. Beide Ziele wurden gleichzeitig erreicht. Indem er neue Klanglandschaften mit zum Nachdenken anregenden Ideen und atemberaubenden visuellen Erlebnissen verbannt, hoffte er den Geist dessen aufrechtzuerhalten, was Pink Floyd von anderen Bands abhob. In den folgenden Jahren würdigte Gilmore weiterhin das Erbe der Band, indem er sich an verschiedenen Projekten beteiligte. Obwohl Pink Floyd nach der Veröffentlichung von »The Division Bell« keine neuen Studioalben mehr vertrieb, veröffentlichte die Band »2014 – The Endless River«. Dieses Album war hauptsächlich instrumental und basierte auf Aufnahmen von »The Division Bell«. Es wurde als Denkmal für die Geschichte der Band sowie für den 2008 verstorbenen Wright errichtet. Dank Gilmores außergewöhnlicher Führung konnte Pink Floyd seinen Status als angesehener und wichtiger Name in der Musikwelt behaupten. Durch seine Bemühungen konnte die Band ihre Reise ohne Waters fortsetzen, was nicht nur dazu beitrug, ihr Erbe zu bewahren, sondern ihnen auch die Möglichkeit gab, neue kreative Wege zu erkunden. Dank Gilmores beharrlichem Antrieb und seiner kristallklaren Vision gelang es Pink Floyd effektiv in eine neue Ära überzugehen und nicht nur bei der Band, sondern auch bei ihren treuen Fans einen unauslöschlichen Eindruck zu hinterlassen. Kämpfe in der Öffentlichkeit und Versöhnungsversuche. Auch nachdem Roger Waters »1980 55 Pink Floyd« verließ, verschwanden die Spannungen, die sich zwischen ihm und David Gilmour aufgebaut hatten, nicht vollständig. Die beiden Darsteller äußerten sich in der Öffentlichkeit häufig gegenseitig kritisch und ihr Streit erregte lange Zeit mediale Aufmerksamkeit. Der ständige Kampf brachte die tiefgreifenden Unterschiede zwischen ihnen sowie den Unmut, der sich im Laufe ihrer Beziehung aufgebaut hatte, ans Licht. Im Jahr 2020 ereignete sich ein bedeutendes Ereignis in ihrem öffentlichen Streit. Die Meinungsverschiedenheit wurde in den sozialen Medien ans Licht gebracht, als Waters den Vorwurf erhob, Gilmour habe ihn von der offiziellen Website der Band sowie ihren Social-Media-Kanälen ausgeschlossen. Waters äußerte seine Unzufriedenheit darüber, dass seine Beiträge zu Pink Floyd ignoriert wurden und dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben wurde, seine Solo-Arbeit dem großen Fan-Publikum der Band vorzustellen. Allerdings machte die Episode den anhaltenden Hass deutlich, der zwischen den beiden herrscht. Auch wenn Gilmour nicht offen auf diese Behauptungen antwortete, trotz dieser öffentlichen Meinungsverschiedenheiten gab es Zeiten, in denen Gilmour und Waters versuchten, miteinander Wiedergutmachung zu leisten. Ihr Wiedersehen während des Live 8 Events im Jahr 2005 war eines der bedeutsamsten Ereignisse überhaupt. Bei dieser besonderen Veranstaltung spielte Waters zum ersten Mal nach seinem Ausstieg aus der Band mit Pink Floyd. Klassiker wie Comfortably Numb und Wish You Were Here gehörten zu den Liedern, die die Band während ihres Auftritts bei Live 8 vortrug und die für ihre Leistung weltweites Lob erhielten. Das Wiedersehen war ein einmaliges Ereignis, obwohl viele Fans geglaubt hatten, es sei ein Vorbote einer dauerhaften Versöhnung zwischen den beiden Gruppen. Es gab einige Fälle, in denen Gilmour und Waters in den Jahren nach Live 8 an besonderen Projekten zusammenarbeiteten, aber diese Vorkommnisse waren äußerst ungewöhnlich. Sie spielten gemeinsam eine kurze Akustik-Session bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die 2010 für die Hoping Foundation stattfand und bei der sie beide auftraten. Die Fans erlebten eine schöne Überraschung in Form dieses Auftritts. Der zeigte, dass sie trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten immer noch in der Lage waren, sich aus einem guten Grund zusammenzutun. Ein weiterer Versöhnungsversuch fand 2011 statt, als Waters Gilmour überredete mit ihm auf der Bühne während einer Performance of the Wall Tour in der Oswey Arena in London zu stehen. Dies war ein Versuch, die beiden Schauspieler wieder zusammenzubringen. Während der Aufnahme von Comfortably Numb spielte Gilmour die Gitarre und Nick Mason gesellte sich zum letzten Song mit dem Titel Outside the Wall. Als sie Zeuge dieser Zusammenarbeit wurden, erlebten die Fans einen Moment von großer Bedeutung, da sie drei Mitglieder der Originalbesetzung von Pink Floyd zusammenbrachte. Diese Versöhnungsversuche führten jedoch nicht dazu, dass die Band wieder vollständig zusammenkam. Aufgrund der erheblichen persönlichen und künstlerischen Unterschiede zwischen ihnen war es für Gilmour und Waters unmöglich, über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten. Sowohl Waters als auch Gilmour verfolgten weiterhin ihre getrennten Karrieren, wobei Waters sich auf seine theatralischen und politischen Initiativen konzentrierte und Gilmour sich auf seine Soloaufnahmen und Tourneen konzentrierte. Diese Fälle der Zusammenarbeit zeigten, dass Gilmour und Waters trotz des anhaltenden öffentlichen Konflikts zwischen ihnen immer noch in der Lage waren, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn auch nur für kurze Zeit. Ihre Begegnungen im Laufe der Jahre waren eine Mischung aus Konflikt und Zusammenarbeit, was die komplizierte und manchmal turbulente Verbindung widerspiegelt, die zwischen zwei der prominentesten Persönlichkeiten des Rock besteht. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sie ihre Differenzen jemals dauerhaft beilegen würden. Dennoch waren die Gelegenheiten, bei denen sie sich trafen, bei ihren Fans beliebt und haben zum ewigen Vermächtnis von Pink Floyd beigetragen. Bedrohung, denen sich Gilmour stellen muss. Im Laufe seiner Karriere war David Gilmour mit einer Reihe persönlicher und beruflicher Probleme konfrontiert, die sich erheblich auf sein Leben und seine Arbeit ausgewirkt haben. Zu den Hürden, mit denen er konfrontiert war, gehörten der Umgang mit persönlichen Verlusten, der Kampf gegen Drogenmissbrauch und Gesundheitsprobleme sowie der Versuch, ein gesundes Gleichgewicht zwischen seiner Karriere und seinen familiären Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Einer der größten persönlichen Verluste, die Gilmour erlitt, war der Tod seiner Mutter Sylvia Gilmour im Jahr 1990. Während seiner prägenden Jahre war Sylvia eine entscheidende Figur gewesen, nicht nur als Filmeditorin, sondern auch als Mutter, die für den Unterhalt sorgte ihn mit Unterstützung. Gilmour erlitt durch ihren Weggang einen tiefen emotionalen Schlag, der sich sowohl auf sein Privatleben als auch auf die Art und Weise, wie er an seine Musik heranging, auswirkte. Ein weiterer schwerer Verlust für Gilmour war der Tod von Richard Wright, einem engen Freund und Bandkollegen von ihm. Wright verstarb im Jahr 2008. Da Wright eines der Gründungsmitglieder von Pink Floyd war und maßgeblich zur Musik der Band beitrug, bedeutete sein Tod das Ende einer Ära für die Band. Aufgrund der tiefen beruflichen und persönlichen Verbindung zwischen Gilmour und Wright stellte der Verlust von Wright für Gilmour ein ernstes emotionales Problem dar. Darüber hinaus musste sich Gilmour im Laufe seines Lebens mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch und Gesundheitsproblemen auseinandersetzen. Zur gleichen Zeit, als Pink Floyd in den 1980er Jahren mit internen Streitigkeiten und dem Verschwinden von Wasser zu kämpfen hatte, kämpfte Gilmour mit Alkohol. Aufgrund dieser Herausforderungen fiel es ihm schwer, sich auf seine Musik und seine Gesundheit zu konzentrieren. Positiv zu vermerken ist, dass Gilmour Hilfe suchte und letztendlich diese Herausforderungen erfolgreich meistern konnte. Dennoch war es eine herausfordernde Zeit in seinem Leben. Für Gilmour war es eine große Priorität, ein Gleichgewicht zwischen seinen geschäftlichen Pflichten und seinem Familienleben zu finden. Zusätzlich zu den Hindernissen, denen er in seinem Privatleben und seiner Gesundheit gegenübersteht. Seit 1990 4.4 ist er mit Polly Samson verheiratet und sie waren für ihn während ihrer Ehe eine wichtige Stütze. Samson, ein bekannter Komponist und Songwriter, war sowohl privat als auch beruflich eine wichtige Figur in Gilmours Leben. Dank ihrer Unterstützung konnte Gilmour den Stress seines Jobs erfolgreich meistern und zu Hause ein Gefühl der Stabilität bewahren. Auch wenn es schwierig sein kann, sich um sein Familienleben zu kümmern und gleichzeitig einen anspruchsvollen Musikberuf auszuüben, haben Gilmour und Samson beide Teile ihres Lebens erfolgreich gemeistert. Samson hat nicht nur zu Gilmours Musik beigetragen, sondern er hat auch mit Gilmour an der Erstellung von Texten für zahlreiche seiner Solo-Alben wie On an Island und Rattle That Lock zusammengearbeitet. Ihre Beziehung wurde durch diese Zusammenarbeit gestärkt, was es Gilmour auch ermöglichte, weiterhin Musik zu komponieren und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Familienleben aufrecht zu erhalten. David Gilmour hat gezeigt, dass er belastbar und engagiert ist, indem er die Hürden gemeistert hat, mit denen er in seinem Privat- und Berufsleben konfrontiert war. Die Tatsache, dass es ihm gelang, den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten, gesundheitliche Probleme zu überwinden, eine großartige Musikkarriere aufrecht zu erhalten und gleichzeitig ein Familienleben aufrecht zu erhalten, ist ein Beweis für seine Stärke und Hingabe. Gilmour hat seine Position als bedeutende und anerkannte Persönlichkeit in der Musikindustrie behauptet und eine Karriere hinter sich, die die Rockmusik nachhaltig beeinflusst hat. Dies trotz der Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war. Die jüngsten Enthüllungen von Gilmour haben dazu geführt, dass David Gilmour in den letzten Jahren offener mit seinen Ansichten über die Geschichte von Pink Floyd und seine Beziehung zu Roger Waters umgegangen ist. Die Gründe, warum Waters seiner Meinung nach maßgeblich an den Meinungsverschiedenheiten und der endgültigen Trennung der Band beteiligt war, werden durch seine Überlegungen enthüllt, die Einblick in die Gründe geben. Wenn es um seine Meinung darüber geht, wie sich die Dynamik der Band im Laufe der Zeit verändert hat, war Gilmour ziemlich ehrlich. Als prägende Ereignisse, die mehrfach den Beginn der Eskalation der Spannungen innerhalb von Pink Floyd markierten, nennt er häufig die späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Gilmour behauptet, dass Waters eine zunehmend dominante Rolle bei der Festlegung der musikalischen Ausrichtung der Band gespielt habe, was sowohl zu künstlerischen als auch zu emotionalen Auseinandersetzungen geführt habe. Seiner Meinung nach erlebten die Mitglieder der Band große Spannungen, weil Waters auf einer bestimmten Vision für die Musik der Band bestand und den kreativen Prozess vollständig unter Kontrolle haben wollte. Eine der bedeutendsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Gilmour und Waters betraf die Art und Weise, wie mit Alben wie The Wall und The Final Cut umgegangen wurde. Gilmour beschrieb diese Tage als schwierig, da Waters starker Einfluss häufig die Beiträge anderer Bandmitglieder überdeckte. Gilmour hat auch erklärt, dass diese Zeiten schwierig waren. Gilmour hat erklärt, dass Waters Vision für die Band strenger und anspruchsvoller geworden sei, was zu einem kreativen Klima geführt habe, das weniger Meinungsverschiedenheiten zuließ. Dies führte zum Erfolg der Band. Als Reaktion auf diese wachsenden Spannungen verließ Waters 1980 55 Pink Floyd, so Gilmours Interpretation der Situation. Bei mehreren Gelegenheiten hat er behauptet, dass Waters Dominanz und seine Entscheidung aufzuhören wichtige Elemente waren, die letztendlich zur Auflösung der Band führten. Die Taten von Waters wurden von Gilmour gelegentlich als schädlich für den Zusammenhalt der Band beschrieben. Gilmour ist der Meinung, dass Waters Abgang der Moment war, in dem Pink Floyd in seiner bisherigen Form nicht mehr existierte. Darüber hinaus hat Gilmour erklärt, dass er versuche, die musikalische Leitung und Integrität von Pink Floyd zu bewahren. Nachdem Waters die Band verlassen habe, auch wenn Waters nicht mehr Mitglied der Band war, war er entschlossen, das Erbe der Band weiterzuführen und zu garantieren, dass ihre Musik ihren Wurzeln treu bleibt. Einige der von Gilmour veröffentlichten Alben wie A Momentary, Lapse of Reason und The Division Bell waren Teil seiner Bemühungen, die frühere Arbeit der Band anzuerkennen und das Ethos der Band am Leben zu erhalten. Er hat die Schwierigkeiten besprochen, die sich ergeben, wenn man versucht, den Geist von Pink Floyd aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Veränderungen zu bewältigen, die seit Waters Weggang stattgefunden haben. Die jüngsten Eingeständnisse von David Gilmour werfen neue Einblicke in die seit langem bestehenden Konflikte zwischen ihm und Roger Waters. Diese Entdeckungen liefern auch Erklärungen dafür, warum Pink Floyds berühmte Einheit schließlich doch zerbrochen wurde. Gilmours Enthüllungen über seine Rivalität mit Roger Waters liefern uns eine genauere Darstellung der Ereignisse, die sich hinter den Kulissen abspielten, über die seit vielen Jahren spekuliert wurde. Was denken Sie über David Gilmours Enthüllung? Ändert sich dadurch Ihre Sicht auf die Geschichte von Pink Floyd? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Wenn Sie dieses Video aufschlussreich fanden, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie kein Update zu den Geschichten hinter der Musik verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns auf Sie im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf Sie im nächsten Video.